Herzlich willkommen zum zweiten Video. Wir haben jetzt für euch gerade eben den Nintendo 3DS ausgepackt und jetzt haben wir für euch ein weiteres Video parat. Ich mach den Nintendo 3DS jetzt an. Ich mach ihn jetzt an. Hier ist der Power-Knopf. Zack, er geht an. Er braucht ein bisschen. Ah, es tut sich was. Wie. Okay, ich mach kurz schauen. Ah, hier kann man... Hier links kann man William hoch oder runter stellen. Ich lass mal ganz oben. So, schauen wir da... Ah, hier hinten. Hier müsste das sein, ja. Ist der Stylus? Ich glaub, ich hab mal im Video gesehen, dass man den irgendwie rausziehen kann, damit er länger wird. Ah. Cool. Das ist echt cool gemacht. So. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Wenn nicht, wäre das ein bisschen blöd. So. Ich hab mal die Kamera erstellt. So, natürlich spielen wir Deutsch aus. Okay. Ähm, ihr werdet jetzt heute den 3D-Effekt jetzt nicht sehen, aber gut. Jetzt werde ich hier mal... Woop. So. Schiebe den. So, weiter. Jupp, der ist zu mir gewandt. Die Anzeige. Ui. Das sieht echt gut aus. Sogar sehr gut. Okay, 3 Bilder. Äh, okay. Jo, anpassen wäre gut. Ich hab aber leider eine kleine Augenschwäche. Okay, so ist es ohne. Ah, sieht man, warte, wenn man das hier so... Zack. Oh, ich muss aufpassen. Ich bin ja Brillenträger. Und ich schiel da immer so ein bisschen. So. Äh, Datum. Na gut. Die üblichen Sachen. Ähm. Der 11.3.2011. Ähm. So. Jupp. Bin eingestellt, schön. Ich mach für euch mal den 3D-Effekt raus. So. Nutzernamen. Äh, da ihr Erik den 3DS bekommt, werde ich mal ihn benennen. Erik. Jo. Oh, wann hat er Geburtstag? Oh, das ist mir jetzt echt peinlich. Lasst mich kurz überlegen. Ähm. Das war irgendwann im Februar. Ich hab keine Ahnung. Tut mir leid. Ich kann aber ganz kurz schauen. Ich hab den ja gerade hier am PC. Ähm. Ähm. Tut mir leid, Erik, wenn du das Video siehst. Ich muss natürlich dein Geburtsdatum wissen. Ich werd mir jetzt auch sofort merken. Natürlich der 12. Februar. Ist ja klar, das wusste ich doch. So. 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 Ähm. Natürlich Deutsch. Entschuldigung. Ich muss gerade das lesen. Ähm. Deutsch. wohnt da in Sachsen. In der Anstellung gut, ich mach jetzt mal meine. Ja, ich will es aber jetzt lesen. Hallo. Meine Aufgabe ist es dir denn... Okay. Ich will eine neue Verbindung an... Okay. Wie süß der ist. Wie süß der ist. Ähm. Natürlich neue Verbindung. Natürlich neue Verbindung. Ähm. Na, jeder Setup. Bin ja kein kleiner... Kein kleiner Junge. Ähm. Suchen. Ich bin mal gespannt. Mal gut, der ist mit WPA2. Glaube ich. Verschlüsselt. Ja, den Code werdet ihr jetzt eh nicht sehen. Ähm. Ähm. So. Verbindungstest. Ich hoffe, der haut hin. Wie sieht das im 3D aus? Okay. Wirklich anders. Jo. Erfolgreich. Bitte einmal applaudieren. Jo. Okay. Hatten wir jetzt was gesehen? Ah. WPA2. Gut. So. Beenden. Jo. Der Haushalt mit kleinen Kindern. Haha. Okay. Ja. Alles Beschränkungen. Beta festlegen. Gut. Für den Eric kann ich sie nachher wieder reinmachen. Hehehe. So. Ist eingerichtet. Okay. Muss jetzt so drücken. Ah. Ah. Cool. Weee. Jetzt bin ich im Menü angelangt. sehr cool. Also wie man oben sieht, man sieht hier oben, dass man mit dem Internet verbunden ist. Hier sieht man die Schritte, die man mit dem 3DS gemacht hat. Ich weiß nicht, wenn man jetzt damit schüttelt. Ne. Gut. Ne. Ich glaub das geht vielleicht nur im ausgeschaltenen Modus. Ich weiß es nicht. Ich muss mich damit erst beschäftigen. Datum. Uhrzeit. Batteriestatus. Ein Schritt ist schon weg. Und sonst. Äh. Wir werden noch ein Video reinstellen mit dem ganzen Menü. Ich muss jetzt erstmal hier oben schauen, was es jetzt hier so gibt. Ne. Bis zum nächsten Video. Bye. Bye.